so hallo hallo willkommen wieder zu einer neuen ausgabe oder zu einer weiteren ausgabe oder neuen was auch immer wir sind ja hier bei biene biene was haben wir in den letzten aufzeichnungen bzw episoden gemacht wird das schiff verlängert bis zur endgültigen länge ähm buh kommt noch meine freunde wir warten dann noch auf das cobblestone dass das ein bisschen nachproduziert wird wir haben die boggy queen jetzt am start die uns die speed produzieren soll ich habe das aber irgendwie nicht so richtig zu machen was ist da los bei dir was ist hier bei dir los sie sollen laut informationen dass wir produzieren also noch ist nichts passiert acht prozent wurde gesagt wir warten ab ich habe mich keine lust die den anderen umweg zu gehen da ein bisschen lästiger ist dann haben wir das haben jetzt angefangen und setzen das jetzt auch fort ein bisschen die coms aussortieren es ist so hart die machen wir weg was kriegen wir aus dem ich glaube was machen wir daraus die heben wir auf die heben wir auf das ist cool das fetzt da brauche ich nicht das normale einzugingsen sondern kann man die einfach wegheizen das fetzt das ist cool das ist cool das gefällt mir das ist wirklich looks lovely tonight das fetzt also das gefällt mir also transmuter hat den kommt macht was und stave propolis macht was gibt es keine informationen gut dann werden die entsorgt gut die werden entsorgt so du kommst auch weg weg damit aufgeräumt derzeit überbrücken wir ein bisschen noch die zeit die unsere maschine brauchen wir brauchen ein bisschen viel diesmal ein bisschen mehr an äh wie ist das gott ist doch gut auch sortiert ist okay hier noch nicht hier noch nicht sortiert aber doch haben wir auch keine ahnung jedes mal das zwitsch nicht einfach sagt kann video anhalten ich bin nicht zufrieden ich bin nicht zufrieden ich bin nicht zufrieden warum bin ich zufrieden ganz einfach die produziert nicht das was wir brauchen oder war das aus dem jetzt gewonnen ne eben nicht das ist das nur zu bekommen nur zu verdammte boogie gib mir jetzt diesen piet verdammte scheine mistbiene immer diese mistbienen heutzutage es ist sehr gut die bienen zu kriegen heutzutage ok dann machen wir mal hier weiter so jetzt beginnt der ekelhafte part meine freunde ich hasse diesen part ich hasse ihn weil ich kann ihn äh ich muss ihn ohne dieses gerät erbauen das denke ich auch mal weg das auch weil äh gefährliche arbeit bookbauen ist das schrecklichste was es hier gibt meine freunde also das ist richtig nehm anstrengend nervig dumm ich mein anders kann man es ja nicht sagen ja gut anschalten puh ich entschuldige mich jetzt falls hier und da fluchtwörter am aufkreuz die eigentlich nichts zu suchen haben ähm ne das ist erst nur die volle lente es müssen wir ne ne warte mal warte mal warte mal warte mal falsch moment wir müssen ja irgendwie nach oben ne wie bauen wir den book ne da muss er sich da muss er eh erst mal zusammenlaufen eh zusammenlaufen also doch wieder aufbauen eins zwei drei vier also doch erstmal aufbauen er hat irgendwo ne spitze muss er ja erst mal anfangen ne braucht er irgendwo ne spitze muss er ja irgendwo beginnen ne machen wir das mal so verabschiede auch mal ich muss es doch komplett ziehen so wird das boot mit dem buch mit dem bug doch 9 chunks lang ansonsten morberitis irgendwann also wenn ich das alles fertig habe werde ich euch das mal zeigen was hier passiert ja natürlich vorausgesetzt natürlich hat die ganzen sachen in sicherheit gebracht die wichtigsten sachen die kann sachen zeichnet das gerne mal was sie dann am ende geschieht und ich sage euch gleich es ist nicht schön 1 2 genau 1 2 das müsste gehen 1 2 3 3 entfernt hier machen wir vier entfernt 1 2 3 4 genau was ist jetzt das ist jetzt bis aber das ist jetzt das hier ok genau hier so und so und das hier ist halt das kleine 3 4 1 2 3 4 gut jetzt kommt das nächste dran ich muss jetzt so irgendwie nach oben formen ich hasse das hatte dass wir die pest am ende sieht es nicht aus wie ein bug am ende wird scheiße aussehen aber das ist mir gerade ein bisschen dann egal weil ich bin eigentlich gut darin solchen sachen hier ansonsten zu innen ausschlagen und so dass es geht gut von der hand ist easy going aber das ist so ein part der ist scheiße das ist so schön so ok falsch falsch volle ummantelung natürlich maximale stabilität für das gut das ist noch einmal zu viel da geht das ne das ist richtig tatsächlich richtig aber hier muss ich den bänden fertig so genau dann wird das doch länger noch auch gar das wird vielleicht doch länger auch ok okay ich habe nicht durcheinander kommen jetzt hier und wie viele steine ich wohin gepackt habe noch so auch und also muss ich natürlich hier die spitze nachziehen weil es darf nicht stumpf werden muss also ab und an spitzen das heißt es muss immer dann, wie die nächste schicht aufgetragen wurde, nachgespitzt werden und zwar weiterhin die spitzung hat das hat dann immer mit der letzten schicht des stones, also des steins gemacht so, das ist das Bis zum nächsten Mal. 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 drei eisen den copper kommt das ist ein ein diamant noch mal ihr diamant ja ja jetzt steckt man das ist ein bisschen aussortieren hier jetzt mal ein bisschen ein stammt alle kommt wegschmeißen ist auch die bis auf die hier die hier die branche herstellen das ist so geil brauche ich mich einer seiner fixen materialien überhaupt die casing machen da man hat kein bock diese scheiße zu und das um das mission von punkte geht immer auf den sack ganz viel mischt man verbraucht es um so geht es einfach over time wieder ein stack punkte das ist scheiß geil das macht mich natürlich richtig geiler da lacht auch das spieler hat oder was ist hier los die macht das ich bin nicht zufrieden mit der bühne ich habe eine frage wo ist denn bitte die tschikki scheiße wo ist die tschikki biene wo ist sie noch in der maschine pack ja gut kommt hier rein viel spaß wenn hier wieder 27 36 erreicht sind wird wieder hey das kommt weg das kommt rein die fragmentieren zwei können wir noch mal kaufen wir haben auch noch mal zwei die die abfersen die 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 entsteht aus 100 prozent so wie ich das kenne finde ich nur die 15 mit zimmern kommen kommen die hier entsteht aus ist da unten ist da und nur kultivated sind ist da kultivated ja warum nicht und ne kultivated kultivated ok mach ich das so? Arschlecken ganz ehrlich Arschlecken die andere Biene kommt raus kommt raus was ne Arschloch Biene ey durch den Druckkopf der hier ist ist die Biene automatisch deachronisiert also spricht keiner aber entschuldigung ja der kommentiert die boogie Dinger die können wir warte mal ich sag mal falsch mach jetzt ne die kann weg so ne Arschloch Biene nimm diese Arschloch Biene so messen wir mal die Biene ja also irgendwie die hat Long ich sag von Haus aus Long aggressiv nether nether so jetzt machen wir folgendes das blaue Typ kann ich jedenfalls unterbinden aggress noch nicht das heißt wir brauchen theoretisch ist ja noch ein Non-Effekt Mood das heißt äh Non-Effekt Mood Non-Effekt Mood das machen wir noch fix spritzen das in die hier obwohl ne in der ersten Phase brauchen wir noch nicht so zu sagen weil macht keinen Sinn das heißt wir brauchen die für die Asche erstmal viel spaß halt das ist zu kalt ich brauch halt eine Kassette die Kassette äh nether und aha wir brauchen noch äh ja natürlich die äh was heißt die Dinge ähm ist schon nether eine Netawarze achso das hier nochmal und dann abgebaut ich hätte euch mal vor wir hätten nicht diese Mischungsding Maschine dann wären wir jetzt noch ganz am Anfang ja komm na komm die in der Pfauern gestört geht doch Aua Aua ey die kann echt zuhauen die haut echt zu die äh die äh netherbine quatsch die enderbine freu ich mich auch schon drauf weil der hat ja diesen endeffekt damit kann ich alles für sich die 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 mobs wirklich hochgeschwindigkeit zerstückeln auch hexen kommt da nicht weg äh nachteil natürlich äh da müssen wir nämlich noch eine extra Mobfarm bauen oder so mal gucken das Problem ist jetzt hier ich müsste es immer zu und abschalten mit so einem Hebel wenn ich einen dortbewohner Zombie sehe den muss ich dann evakuieren sozusagen wird dann geheilt und wird ein dortbewohner draus das heißt das muss ich dann zu und abschalt Hebel machen das geht das geht wenn die entstehen brauche ich ein Vakuumhopper in der Mitte das ist oben und das saugt das dann ein die ganzen Items und leitet das dann in die Truhen genau so können wir es machen ok so muss ich mich selbst rein ok so was soll ich das machen die Biene haben wir gemacht die produzierter sie soll als Asche produzieren acht Stück vielleicht reicht sogar ein Durchlauf aus ne reicht nicht boah weil ich sie nicht äh verbessert habe die habe ich sie nicht verbessert ach genau zeich ich euch was machen wollte genau die Actress Speed das Laufen Bullshit dann CDC Bullshit immer diese scheiß Dinge ich glaube wir brauchen noch mehr von diesen ähm ähm Dings sind es hier nein auch nicht weg damit HEP so ich kann einen ganzen Stack machen hier dann bleiben wir dann haben wir jetzt ein bisschen mit Diamaning es geht ja so 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 na hup 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 wunderbar alles das heißt es kommt dann äh eben die Hälfte rein und hier auch ein bisschen mehr und hier der Hauptpart gut 2,3,4,5 gehen wir mal aus und kommt äh hier rein so was haben wir hier WCs coming Bullshit was ist das? Klauefahls nein Effekt none brauchen wir bitte brauch ich doch schon mal einen Hopper äh ich brauche uns einen Hopper nichts der erste Hopper wird errichtet meine Freunde äh Holzbuch Küste chest ja dann leg ich den rein dann wird automatisch gekühlt 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 Das ist cool. Nein. Das kostet mich jetzt richtig viel. Ich brauche Effekt Nonnen. Käptor-Lenk-Pfalz. Nein, Käptor-Lenk, wir brauchen die Truhe. Dankeschön. Effekt Nonnen. Das spritzen wir jetzt hier mit ein. Wir holen also das Maximale aus dem Ding raus. Nachteil natürlich an diesem Effekt-System ist jetzt, ich denke, kann man das mit Effekt später auch umspritzen? Ich hoffe, ja. Weil. Die Kamin kommt wieder weg. Das Essen. Kamin, wieder weg. Dankeschön, lieber Kamin. Einfach für ihre Kooperation. Halt. Weglegen. Was habe ich schon gesagt? Weglegen. Das hängt auch weg. Das hängt auch weg. Das hängt auch weg. Es geht los. Scheiße. Okay, okay, Leute. Bevor wir jetzt beenden. Oh Jesus. Meine Freunde, das ist eingetreten. Ne? Das ist eingetreten, was ich euch gesagt habe. Das hängt auch weg. Wie ihr seht. Wahnsinn, ne? Das passiert dann. Das ist ganz brutal. Ja? Ja? Das Problem sind jetzt die ganzen Creepers sind jetzt das größte Problem auf diesem Schiff. Jetzt. Ich muss sie von außen bekämpfen jetzt. Ich muss sie weglocken. Ich muss sie weglocken. Die Creeper. Weg von den Maschinen. Ja? Habt ihr gesehen? Ja. Krieg ich mir über den Kopf. Das wollte ich schon immer mal haben. War schon immer mein Traum. Da. Scheiße. Ja, meine Freunde, das ist jetzt ganz kritische Situation jetzt hier auf dem Boot. Auf dem Boot der Liebe. Weil irgendwas ist noch Creeper. Ich muss aber achten. Ich muss die Umgebung achten. Weil auf der anderen Seite sind jetzt auch noch welche. Ähm. Ich muss das Schiff flicken. Und das passiert, wenn man wach bleibt. In der Nacht. Das ist Wahnsinn. Weil ich hatte es auch nicht geschafft, das Boot auszuleuchten. Ja? Also. Da ist die Mopenitis pur. Ja? Was ist jetzt passiert? Du bist zehn Sekunden zu lange gegammelt. Beim Schlafen. Und zwar sehr kritisch. Weil wenn ich jetzt hier irgendwas explodiert wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Ich bin einfach auch bei den Bienen. Ja? Oder bei den Kisten mit den guten Loot. Mit den Uniki Loot. So. Ich bin doch wechsel. Ich bin da einfach mal so. Zack. Sofort das Schiff reparieren. Und das ist eine sogenannte gefährliche Situation. Oh. Hoppala. Alles sonst in Ordnung an dem Boot. Ich habe dann Beschädigungen. Das war glaube ich die einzige Beschädigung an der Seite. Ne? Hab doch gesehen. Wahnsinn. Ähm. Wenn man Loot braucht, okay. Aber. Nicht auf diesem Boot. Also muss ich mich demnächst auch damit den Bäumen beschäftigen. Also bevor wir jetzt mit dem Decksbau beginnen. Ob das Schiff fertig ist. Lösch ich es dann aus. Ja. Ähm. Ist klar. Aber jetzt nicht. So. Hussah. Wir sind fertig. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Ahoi Ahoi. Jetzt überholt euch nochmal mal wasmesen und bis dann. Ich ble mit solst von Daten zum Laden. Vielen Dank.